Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie hier zu Ihrem Wetter vor acht und das Thema Schauer und Gewitter hört derzeit einfach nicht auf. Wir bleiben weiterhin in dieser schwülheißen Luft hängen. Aus Südwesten sind die Gewitter immer wieder unterwegs und das hier ist eine Aufnahme von Markus, jetzt muss ich nachgucken, Doni. Markus Doni heißt der sympathische Mensch und das ist eine Aufnahme aus Talexweiler im nördlichen Saarland und hier sehen Sie, wie eine solche riesige Gewitterzelle auf ihn zugezogen ist und dabei hat das fotografiert und jetzt zeigen wir das mit Hilfe des Radars, wo diese Zelle langgezogen ist. Hier, ich verfolge mal das mit meinem Finger, nördliches Saarland, jetzt im Moment liegt das Ganze hier von der Eifel runter bis etwa in den Raum Koblenz, weitere Gewitter insbesondere zu finden über Baden-Württemberg und Sie sehen die Bewegungsrichtung nach Nordosten und deswegen haben wir hier nochmal eine Karte schraffiert eingetragen. Wo Sie sehen, wo die größte Gewittergefahr jetzt bis in die Nacht hinein ist. Das sind also das Saarland bereits passiert, dann haben wir da natürlich Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, dann geht es über Hessen in südliche Niedersachsen, auch das südöstliche Nordrhein-Westfalen betroffen und dann, wie Sie hier sehen, auch Thüringen und Sachsen-Anhalt. Also dort die heftigsten Gewitter, sonst eher nur einzelne. Und wenn wir jetzt weiterschauen auf den 15-Tage-Trend, dann haben wir nochmal ein wichtiges Thema für die nächsten Tage. Ich hatte das gestern schon mal erwähnt. Die Temperaturen gerade im Südwesten Deutschlands und insgesamt im Süden gehen sehr hoch, 30 bis 35, 36 Grad. Der Trend hier für Freiburg. Das gilt also von Donnerstag an, das ist morgen, und dann bis zum kommenden Mittwoch. Danach scheinen die Temperaturen sich wieder ein bisschen retour zu begeben. Wenn wir in die Nacht gucken, also nochmal hier diese Zone mit den teils kräftigen, örtlich unwetterartigen Gewittern. Wenn Sie nach Norden, Osten und auch ins südöstliche Bayern schauen, dann passiert praktisch nichts. Oft ist es dort sogar klar. Und die Temperaturen, die liegen dann in den Frühstunden im deutlich frischeren Norden bei 10 bis 15 Grad. Am Wasser ein bisschen wärmer, 16 oder 17. Ansonsten ab der Mitte und in den Süden sind es wieder häufig 16 bis 20, teilweise nicht unter 21 Grad. Und da sind wir dann mit unter 20 Grad, wenn das nicht unterschritten wird, im Bereich einer Tropennacht. Morgen der Vormittag hier in der Mitte ein paar auslaufende Schauer und Gewitter von der Nacht. Nach Süden recht freundlich, im Norden auch. Am Nachmittag geht es dann schon wieder los mit Schauern und Gewittern. In der Mitte nach Norden nur einzelne und im Süden können die teilweise unwetterartig werden. Außerhalb dieser Gewitter ist einfach freundliches Wetter. Also den Blick immer mal den Himmel richten, um mitzubekommen, was passiert. 20 bis 25 Grad in der Nordhälfte, weiter nach Süden oft bis 30, in Niederbayern 32 Grad. Und der Wind kommt aus nordöstlicher Richtung, im Norden aus südwestlicher, im Süden dazwischen ist er schwach. Das sind die Aussichten. Da sieht man einzelne Gewitter nur am Freitag, neue kommen am Samstag aus Nordwesten und es ist heiß örtlich bis 35 Grad. Schönen Abend, bis dahin und tschüss.